Was ist wichtig, dass Menschen mit Behinderung nicht nur immer in eine Schublade geschoben werden? Wir können genauso am gesellschaftlichen Leben teilhaben wie alle Menschen. Es gibt noch viel zu tun, zum Beispiel im Bereich Barrierefreiheit. Es sollten alle Informationen auch in leichter Sprache zur Verfügung gestellt werden. Ich will einfach nur Gleichberechtigung, dann werden wir am Ziel der Inklusion angelangt. Frau P. dauert die Entwicklung von Inklusion in Politik und der Gesellschaft viel zu lange. Sie sagt, Gleichstellung aller Menschen muss endlich normal werden. Im Landesausschuss Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter sieht sie eine gute Möglichkeit dafür. Schluss mit fürsorglicher Bevormundung Das war's für heute. Vielen Dank.